wie viel Gold habt ihr? 3.000 4200 aber ich hab heute auch schon so 2.000 Gold ausgegeben und ja auch nicht wenig ich hab 5.000 und 300 hier, Loops, Digga genau, komm, Wohin, Wohin Digga, wir klappen nicht weiter ich schicke euch an, du bist so ein Bullshit, Alter wollen wir gucken? die ich mal denke, das ist auch schon eine Beleidigung die Kommission mit 2.5, der bekommt von mir und nach Weebach was? was? Digga, was ich mit 100 Weebach, wenn nicht 2000 was? Digga 2000 wird was, ja, denn ja, würd ich machen, Digga wer in 2.000 Vollwer hat, bekommt was, bekommt 100 Weebach, hast du gesagt? nein, wer mit Volk, der bekommt 1000 Weebach wie heißt der noch 1.000? ich sag einfach ja mein name schicken mein namen ja der brot ist nicht so ich machen mal nur zeit halt immer ein bisschen ab, dann macht man ein bisschen mehr ich hab ihn einfach gekillt, ja Jungs, du musst ihn mal da hoch gehen So auch Ey, baut mal einer bitte zu den Ball da um Ich geb auch die Metz wieder, weil da ist ein Gegner drauf Oh, wir haben den großen Spitz Ich geh jetzt Ich mach grad Und dein Zielort ist genau hier Kommt ihr auch mal irgendwo machen? Hallo, was soll ich sein? Wie klasse, ich bau grad hoch Oh, ist geil, der ich? Nein, wir wollen zu das Pokal Bist du schlecht drauf? Bist du schon da? Nee, ich wurde drunter geschossen, nigger Naja Runter Gebaut Ja, abgebaut Bei mir ist einer Mein Gott, so knapp Leute, hilf mir doch mal Bei mir Raids sind einfach Gegner um Ey, du wirst runter gebaut Ich? Ja Was ist denn los? Da sind Gegner drauf Eine ist da um Nock Ja, wenn da einer Nock ist Und da hinten sind echt die Gegner und ich hab keine Metz Ich bin euch Noch Oh, ich bin da Oh, ich bin da Oh, ich bin da Oh, ich bin da Nisch Nisch Hab ihn Ja, ihr habt den Ja, ihr habt den Bei Leon ist noch welche Bei mir einer Bitte Jungs Nice Hieb mich einer Oh, ich bin da Ich dich Danke Auch Danke Das leckeres Danke 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 Ja, ich ne Ich ne ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich nicht ich habe mal 3 gekillt, warum haben wir jetzt die letzten Tryhots? Digga, ich habe einfach 8 Kills Let's go, egal, so gefällt mir das wieder Leute, wir haben schon insgesamt 20 Kills oder so 22 Kills Und dann haben wir die down Hat noch einen? Oh, wer hat ihn? Digga, wir können ihn wiederholen, was ist denn los? Ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, jetzt hier wieder ein Ziel, Papa Jo, lass uns ein Trio-Mate erstellen Oh, Team-Mate Bist du, wie ich meine? Ja Auf jeden Fall außer dem Fischl Leul, ich hab sogar 9 Kills Der eine ist einfach weggekrabbelt hier Ich hab nur kaum den Polkenholen Ich hab 9 Kills Leon hat, 9 Kills Oh, Digga, du Digga, du Der größte Fuhrundo Der baut hier Hab ihn Hab ihn Hab ihn Hab ihn Hint uns auf ihn vor, auch noch Leon Huuu, gut drauf Huuu 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 Ich nie, ich mich und ich wer, dich auch nur noch hier Soll ich auch noch hin Huuu Hab ihn Danke Huuu Ich hab mich bei mir in den Hosenbeiner Lass mich den Purschen, Nigga, ich bin mal einmal mit der Waffe hier hochnehmen wir wurden alle haben vorhanden neil ist kann man nur an meinen Schulten vornehmen in dennoch oh mein Gott die werden Digga, 11 kills, 2 Assists, Digga. Ich geh mal in die Lobby, ich geh mal in die Lobby, weil ich hab jetzt irgendwie eine Belohnung wieder.